« meinte Dominic mit aufgesetztem Humor. »Ich hoffe, die Flotte wird mir das nicht in Rechnung stellen.« Weder Prescott noch Bush reagierten auf seine Worte. Ihre Gesichter waren nichts weiter als emotionslose Masken. »Was können Sie uns über die Mission der Zora sagen?« wollte Prescott wissen. Dominic hätte es ahnen können. Es war klar, dass man ihn verhören würde, aber sie hätten sich seiner Meinung nach noch etwas Zeit damit lassen können. Er war noch lange nicht so weit, sich wieder wie ein kompletter Mensch zu fühlen. »Was wollen Sie wissen?« »Keine Ahnung.« Prescott spielte Ratlosigkeit vor. »Sie waren mit Perk unterwegs.« »Vielleicht sagen Sie mir etwas über ihn. Was war er für ein Typ? Hat er irgendwelche privaten Ambitionen gezeigt und dabei das Eigentum der Flotte benutzt?«